Willkommen zu einer neuen Löwe-Anleitung. Heute wieder mit dem Modell Bild 5.55 in OLED. Heute geht es darum, wie ihr die Sender hier sortieren könnt. Das geht bei Löwe ganz, ganz einfach und ihr habt das Ganze in ein paar Minuten erledigt. Dazu auf der Fernbedienung die Menü-Taste drücken. Dann geht ihr zu diesem Punkt hier, weitere Einstellungen. Als nächstes wählt ihr den Punkt Sender aus. Dann habt ihr hier Senderlisten TV. Dann wählt ihr euren Tuner. Ich habe hier DVPC. Bei euch wird wahrscheinlich Satz stehen. Ich habe hier DVPC. Dann müsst ihr hier oben auf den Bereich Verschieben gehen und das Ganze mit OK bestätigen. Und jetzt wählt ihr den Sender aus, den ihr verschieben wollt. Angenommen, ich möchte diesen hier weiter nach vorne. Das heißt mit OK bestätigen. Das Ganze noch einmal mit OK bestätigen, bis er blau hinterlegt ist. Jetzt zu der gewünschten Kanalnummer gehen und mit OK wieder bestätigen. Und hier Verschieben ausführen anwählen. Und schon hat sich das Ganze geändert. Möchtet ihr mehrere Sender verschieben, auch das ist möglich, dann müsst ihr den Bereichsanfang mit OK markieren. Das heißt, hier beginnt das Ganze und hier soll das Ganze enden. Dann bestätigt ihr das Ganze mit OK. Und jetzt wechselt ihr, wohin ihr das einfügen wollt. Und bestätigt hier OK. Und Verschieben ausführen. Dann haben wir, wie ihr seht, hier die Sender alle eingefügt. Ihr seht, wie einfach das geht. In nur ein paar Minuten habt ihr hier alle Sender sortiert. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, das Ganze auch am PC zu machen, mit einem Kanallisteneditor. Wie das geht, das zeigen wir euch im nächsten Video. Habt ihr dazu Fragen, dann verwendet unser Forum unter www.loewe-forum.at. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank.